Helene Fischer, Tränen auf der Bühne, deshalb weinte sie bei ihrem Konzertpunkt. So emotional erlebt man die sonst stets professionelle Helene Fischer eher selten. Bei einem Konzert in Köln konnte die Schlagersängerin einige Tränen nicht zurückhalten. Helene Fischer, emotional. Tränen auf der Bühne. Aktuell steht Helene Fischer, 39, nach ihrer kleinen Sommerpause in Köln wieder im Rahmen ihrer Rauschtour auf der Bühne, und das seitdem 25. August täglich. Schon während der letzten Konzerte kam es immer wieder mal zu einigen besonderen Momenten. Während sie beispielsweise während eines Auftritts für Lacher wegen ihrer Reaktion auf ein Fangeschenk sorgte, ließ sie wenig später die Bombe um ihre die Helene Fischer Show platzen. Und nun wurde es besonders emotional, denn die atemlos Interpretin kämpfte auf der Bühne mit den Tränen. Während Luftballon-Performance, Helene kämpft in Köln mit ihren Emotionen.Wie mehrere Konzertausschnitte bei TikTok und YouTube zeigen, konnte Helene Fischer ihre Emotionen während der Performance ihres emotionalen Songs Luftballon nicht zurückhalten. Ihr kullerten immer wieder Tränen über die Wangen, während sie von Klaviermusik begleitet wurde. Mehrmals wischt sich die 39-Jährige die Tränen aus dem Gesicht, und mit diesen Gefühlen war die Sängerin sicherlich nicht allein, denn das Lied, in dem es bekanntermaßen um den Abschied von einem geliebten Menschen geht, dürfte vielen aus der Seele sprechen. Vielen Dank.